Die Welt ist wie die Erde, die alles was wir sind zusammenhält. Glücksgefühle. Glück ist wie die Welt, ja, und Glück ist die Freiheit. So das Motto des diesjährigen Ball des Weines am Samstagabend im Wiesbadener Chorhaus. Der Verband Deutscher Prädikatsweingüter hatte geladen und das Glück wurde von Veranstaltern und Gästen vielfältig interpretiert. Das ist mein 17. Ball des Weines. Und ich habe dieses Jahr mein 17. Enkelkind bekommen. Und das ist Glück. Für die meisten Ballgäste hat das Glück aber offensichtlich viel mit Geschmack zu tun. Die Glücksgefühle machen aus, dass er Südtiroler ist. Heute Abend ist mein Glücksgefühl, dass Borussia Dortmund den dritten Platz gemacht hat und dass Mainz sich mit Würde aus der Saison verabschiedet hat. Das ist mein heutiges Glücksgefühl, abgesehen von meiner Frau. Vielen Dank. Ein Glücksgefühl, hier zu sein. Wiederum ein gelungenes Fest. Für feierlaunige Freunde erlesener Weine und Speisen, die sich ab morgen wieder auf den nächsten Ball des Weins freuen können. Ein Glück. Ein Glück. Überall ist Sonnenstein. Im besten Service und wirklich faire Preisen werden wir ihr guter Energieanbieter sein. ESWE. Darauf können Sie sich verlassen. ESWE. Komm! synd. schk Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.